Also erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die meinten, Max, mit deinem Team schaffst du niemals mehr als 1000 Punkte. Ihr hattet natürlich recht, das war mal wieder ein Wochenende zum Vergessen und damit Moin und Hai zu Liga Insider Daily mit mir, dem Max. Die Championship Challenge, die war gar nichts, der Rest war gar nicht so schlecht. Schauen wir uns gleich an und ansonsten wollen wir natürlich wie immer auch heute die Lehren ziehen aus dem 23. Spieltag und das machen wir selbstverständlich in unserem Matchday Radar. Lasst mir immer gerne ein Like da, lasst mir immer gerne ein Abo da, aber schreibt eure Meinung rein in die Kommentare und damit gehen wir rein ins Video. Viel Spaß! Und damit sind wir auch drin in der App und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe einfach schon wieder verloren gegen den NASA PC, das vierte Mal in Folge und ich kann das nicht mehr. Svenne und Lennart, macht euch auf was gefasst, nächstes Mal gewinne ich 100%. Ich habe schon eine Taktik mir ausgeklügelt, die erfahrt ihr dann am nächsten Freitag. Jetzt schauen wir aber erstmal auf das vergangene Wochenende und was da so abging. 1084 Punkte ist natürlich eine herbe Enttäuschung wieder. Der einzige, der so richtig überzeugt hat, war Moussa Diaby mit 265 Punkten, Tor und Vorlage. Kimmich auch okay, 174, Salazar überraschend gut gepunktet, 157 gegen Bochum und ich sage euch ehrlich, bei Jamal Mousiala erwartet man vielleicht sogar wirklich mehr als 143 Punkte gegen Stuttgart, aber auch das ist natürlich okay. Zentner mit zu 0 Bonus, 136 und dann geht es wirklich den Bach runter. Also Nkunku mit 17 Punkte, natürlich eine kranke Enttäuschung. Ich habe mich so geärgert, dass ich den aufgestellt habe dieses Wochenende. Auch Brandt nicht mit seinem besten Spiel. Natürlich bitter, dass dieses Tor aberkannt worden ist. Berisha, 19 Punkte, letzte Chance, letzte Chance, den stelle ich nie wieder auf. Hab mich zu oft enttäuscht und auch Sebastian Borneau, 17 Punkte. Die haben nicht mal verloren, was hat er gemacht, das ganze Spiel, frage ich mich. Also das auch wirklich bodenlos. Da Costa auch nicht über 83 Punkte, trotz zu 0 Bonus hinweggekommen und Baka nicht mal im Kader. Freut natürlich jeden Manager, so eine Nachricht kurz vorm Spieltag. Also das war gar nichts. Das Team vom NASA-PC, das blende ich euch jetzt nochmal der Vollständigkeit halber ein. Das hat viel besser gepunktet als unseres. 1.365, also fast 300 Punkte mehr. Hatte einfach den besseren Riecher mit Wirtz, mit Andrich auch oder mit Schupu. Also da müssen wir uns erneut geschlagen geben. Nächste Woche wird es besser und wie es in der privaten Liga gelaufen ist, das zeige ich euch jetzt. Denn auch da lief es bedeutend besser. Also 1.165 Punkte bescheren mir jetzt Platz 2 und ganz klar die Verteidiger, die waren es an diesem Wochenende. Hatten mich auf jeden Fall im Rucksack. De Ligt mit einem Tor, ein Dicker mit einem Tor, Jens mit 138 und auch Diogo Leit mit 95. Ist auf jeden Fall okay. Kolomuani noch eine Hütte gemacht, 138. Hofmann 100, aber ganz ehrlich, die erwarte ich auch von einem 30-Millionen-Spieler. Höhler okay, Christensen okay, Birischa. Wie gesagt, letzte Chance direkt verkauft am Wochenende, nicht mehr in meinem Team. Und der Lindström hat erneut enttäuscht. Zum wiederholten Male und woran das liegen könnte, das wollen wir jetzt besprechen. In unserem Matchday-Radar. Wait a minute. Who are you? Genau, damit sind wir drin im Matchday-Radar und wollen die Eindrücke vom Wochenende so ein bisschen verarbeiten, die Learnings ziehen und fangen wie gesagt direkt an mit Jesper Lindström. Der hat nämlich gestern wieder echt enttäuscht. 50 Punkte, das gilt auch stellvertretend für die letzten vier Partien. Keine Torbeteiligung, immer orangene oder rote Balken. Und für 21,5 Millionen ist das aktuell einfach viel zu wenig Leistung. Also stellt sich zwangsläufig schon fast die Frage, was machen wir mit dem? Und der Fakt ist, der ist auf jeden Fall gesetzt bei Frankfurt. Die Offensivabteilung, die läuft richtig gut. Du hast immer einen Abnehmer mit der Randall Kolumuani. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass der Knoten bis zur Länderspielpause platzt. Denn du hast als Gegner Union, du hast Bochum und Stuttgart, also machbare Aufgaben für Frankfurt. Und ich weiß, es tut gerade richtig weh, den Marktwert fallen zu sehen. Aber der Typ hat mega Potenzial. Deswegen mein Tipp an euch. Habt Geduld und spekuliert darauf, dass der dann in den nächsten drei Spielen endlich wieder zündet. Weiter geht's mit André Silva. Und auch der war echt enttäuschend in den letzten Wochen. Ein Pünktchen gemacht gegen Dortmund. Und in den letzten fünf Partien einen Punkteschnitt von 40. Das ist natürlich gar nichts. Das Gute für den Portugiesen ist, dass Chris Nkunku jetzt ja wieder ausfällt bis zur Länderspielpause. Deswegen ist auch der gesetzt zumindest mal in den nächsten drei Wochen. Und auch da der Tipp, Ruhe bewahren, den erstmal behalten. Zumal jetzt geht's gegen Gladbach, Mainz und Bochum. Also auch da kann der auf jeden Fall mal knipsen. Also auch den erstmal behalten. Und das Gleiche gilt für Sebastian Haller. Auch da bin ich sicher, der macht dem einen oder anderen aktuell richtig, richtig tolle Kopfschmerzen. Ein einziges Saisontörchen gemacht gegen Freiburg. Am 19. Spieltag, seitdem kaum noch gepunktet. Liegt bei 73 Punkten im Schnitt. 20 Millionen, auch das eigentlich viel zu teuer. Aber auch da Füße stillhalten. Denn bis Moukoko zurück ist, hat der eigentlich keine ernsthafte Alternative. Ich denke nicht, dass Modest den Vorzug bekommen wird. Deswegen auch da Ruhe bewahren, behalten und einfach auf Tore in den nächsten Wochen hoffen. So und dann haben wir ein paar Spieler, die sind neu auf dem Radar. Nicht weil die keiner kennt, sondern weil die einfach super lange verletzt waren. Jetzt zurück sind. Und einer davon ist natürlich Sadio Mane. Der durfte letzte Woche schon ran, 60 Punkte gegen Union. Und hat jetzt eine halbe Stunde bekommen gegen Stuttgart. Hätte fast ein Tor gemacht. Der Punkteausbeute war so la la. Aber trotzdem hat er gezeigt, der ist wieder auf einem ganz guten Level. Und ich würde an eurer Stelle zuschlagen, wenn er denn noch verfügbar ist jetzt auf dem Transfermarkt. Denn ich bin mir sicher, spätestens nach der Länderspielpause wird er wieder fest integriert. Auch in der Startelf. Deswegen auf jeden Fall ein richtig guter Tipp aktuell. Ähnliches gilt für Robert Sko. Denn auch der ist zurück nach einigen Wochen Spielpause. Auch der hat eine halbe Stunde bekommen. Und auch da war die Punkteausbeute so la la, sagen wir mal. Acht an der Zahl. Aber das darfst du jetzt nicht zu hoch hängen. Ganz ehrlich, was willst du machen, wenn du in so einer Mannschaft, in so einem Spiel eingewechselt wirst? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte gerne an den Saisonstart erinnern. Denn da hat er in aller Regelmäßigkeit 100 Plus-Punkte hingeballert. Von daher auf jeden Fall ein Gamble-Wert. 4,5 Millionen kostet der aktuell. Ich sehe ihn auf jeden Fall vor Kader Zabek in den nächsten Wochen. Also da gibt es eine dicke Kaufempfehlung. Und wenn ich von einem Gamble spreche, dann komme ich am nächsten Kandidaten auf keinen Fall vorbei. Die Rede ist vom Stuttgarter Perea. Denn der hat ein Tor geschossen nach Einwechslung gegen die Bayern. Kostet aktuell 500k. Und wir wissen alle, der Sturm bei den Schwaben, der ist aktuell eine ganz, ganz große Baustelle. Also Silas performt, nicht Pfeiffer außer Form. Keine Ahnung, was mit Thiago Thomas ist. Deswegen kann es richtig gut sein, dass Perea reinrutscht. Nächstes Wochenende gegen Frankfurt. Und für 500k ist das mein Tipp des Tages. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Merlin Röhl vom SC Freiburg. Der hat seine ersten Bundesliga-Minuten bekommen. Und ich finde, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Das nehmen wir einfach mal hin. Und damit kommen wir zu den Spielern, wo ihr aktuell ein richtig gutes Händchen beweisen könnt. Das ist ein bisschen risky teilweise, aber ich möchte euch die auf jeden Fall mal ans Herz legen. Und der erste Kandidat ist Yannick Gerhardt. Der ist richtig gut drauf. Letzte Woche Tor gemacht gegen Köln, 186 Punkte. Jetzt Tor und Vorlage gegen Frankfurt, 260 Punkte. Der hat Felix im Matcher im Mittelfeld ausgestochen. So scheint es zumindest. Und man spielt bis zur Länderspielpause noch gegen den VfB Stuttgart und gegen Augsburg zu Hause. Ganz wichtig, das zu erwähnen. Das heißt, da ist richtig was drin. Aktuell knapp 10 Millionen. Also das ist wirklich ein echt guter Transfer im Moment. Es könnte sein, dass ihr euch über den nächsten Kandidaten ein bisschen wundert. Denn ich predige ja immer. Hoffenheim, aktuell formschwächstes Team der Liga. Es gibt aber einen, der sticht da raus. Und das ist tatsächlich Oliver Baumann. Der hat nämlich richtig gute Punkte eingeheimst in den letzten beiden Wochen. 164 gegen Dortmund, 99 gegen Mainz. Beide Partien hat man 1 zu 0 verloren. Und ich finde, für 8 Millionen ist das ein mega, mega, mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Also den würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr Bedarf habt auf der Torhüter-Position. Der nächste Kandidat kommt aus Leipzig und heißt Amadou Haidara. Und der könnte natürlich profitieren vom Ausfall von Xaver Schlager. Der hat schon gespielt in den letzten Wochen. Es könnte aber sein, dass sich seinen Platz jetzt noch mehr festigt. Und für 4,5 Millionen würde ich den auf jeden Fall aktuell auch mal mitnehmen. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der war für mich vor zwei Wochen Top-Tipp. Und da habe ich sogar auf den vertraut, wurde bodenlos enttäuscht. Der ein oder andere weiß jetzt vielleicht, um wen es geht. Es ist Maximilian Bauer vom FC Augsburg. Ich war mir sicher, dass der reinrutscht. Für den verletzten Udukay war aber nix. Pustekuchen, Welger durfte ran gegen Hertha und auch starten gegen Werder. Hat das aber echt nicht gut gemacht. Frühe gelbe Karte musste dann raus. Bauer kam rein. 91 Punkte, echt ein gutes Spiel gemacht. 500k, also der perfekte Lückenfüller für euer Team. Der nächste Kandidat darf sich berechtigte Hoffnungen machen. Auf Spielzeit in den nächsten Partien. Denn Rami Benzebaini gesperrt. Und das wohl für drei, vier Spiele nach seinen Beleidigungen. Deswegen ganz hoch im Kurs. Luca Netz. Aktuell 700k wird gesetzt sein. Auf der linken Seite bei Borussia Mönchengladbach. Ich gehe mal davon aus. Mindestens bis zur Länderspielpause. Von daher auch der ein richtig guter Tipp für kleines Geld. Und der letzte Kandidat in der Reihe ist Josep Stanisic. Und der ist richtig schwer. Der ist richtig schwer. Denn der hat die letzten beiden Partien von Anfang an gespielt. Gegen Union und jetzt gegen Stuttgart. 173 Punkte. Und der 153. Also richtig ordentlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der halt wieder rausrotieren wird in den nächsten Wochen. Der wird immer mal wieder so ein, zwei Spiele bekommen. Aber eben nicht in Folge. Und man kann es vor allen Dingen ganz, ganz schlecht einsehen. Mit Pavard, mit Cancelo, mit Blind vielleicht auch noch. Den man als Konkurrent dazuzählen kann. Kostet aktuell nicht mal 5 Millionen. Von daher bin ich eigentlich dazu geneigt zu sagen, ey nehmt den unbedingt mit. Aber ich mahne zur Vorsicht. Ich bin mir recht sicher. Das war es dann erstmal wieder mit Spielzeit in den nächsten Wochen. Und damit kommen wir zu den Kandidaten, die aktuell einen richtig guten Lauf haben. Und ich hätte es niemals gedacht. Aber wir starten tatsächlich mit einem Schalker. Und zwar mit Marius Bülter. Weil der Typ ist aktuell komplett on fire. Was soll ich euch sagen? Tor gemacht gegen Stuttgart. Tor gemacht gegen Bochum. Kostet nicht mal 5 Millionen. Nächste Woche geht es zu Hause im Revierderby gegen Dortmund. Also da ist alles drin. Die Serie könnte sogar noch weitergehen. Also ja, der Typ kriegt auf jeden Fall eine fette Kaufempfehlung. Was soll ich sagen? Und wisst ihr was? Ich lasse mich gar nicht lumpen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Schalker. Und das ist Ralle Ralf Fährmann. Und ich möchte euch einmal die Punkte vorlesen, seitdem Thomas Reis den reingeschmissen hat. 96, 139, 121, 132, 92 trotz Fehler vor Gegentor und 175 machten einen Schnitt von 125, 9 Millionen aktuell mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von jedem Torwart der Liga. Ja, also auch der absolute Kaufempfehlung. Und apropos Schalke, apropos Revierderby. Es gibt auch einen Dortmunder, der hat sich richtig reingespielt in den letzten Wochen. Und das ist Emre Can. Fünf grüne Balken aus den letzten sechs Partien. Wieder komplett gesetzt. Moda Hut außen vor. Auch Salih Özcan muss sich hinten anstellen, wenn es um die Position im zentralen Mittelfeld geht. Jetzt ein Tor gemacht gegen RB Leipzig. 13,3 Millionen. Also der Typ ist komplett on fire. Und auch der ein richtig guter Deal. Also da würde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Und beim nächsten habe ich das Gefühl, der fliegt immer noch unterm Radar bei vielen, obwohl der in den letzten Wochen überragend performt. Die Rede ist vom Mainzer Barrero Martens. Aus den letzten sieben Spielen, sechs grüne Balken, zwei Vorlagen, zwei Tore, macht einen Punkteschnitt von 133. Und wenn wir das mit seinem Punkteschnitt aus der gesamten Saison vergleichen, er liegt bei 68. Dann sieht man mal, wie geisteskrank der sich gesteigert hat. 8,9 Millionen ist er aktuell wert. Für mich auch eins der Top-Preis-Leistungs-Verhältnisse in der Bundesliga. Und wenn ihr könnt, dann müsst ihr jetzt unbedingt zuschlagen. Zwei sind noch übrig. Zwei Stürmer. Und der erste kommt von Bayer 04 Leverkusen. Sada Asmun. Und auch der hat eine richtig gute Phase aktuell. Vorlage Tor, Tor. Das ist eine Ausbeute aus den letzten drei Partien. Hat sich aktuell tatsächlich den Vorsprung erarbeitet. Vor Patrick Schick. Auch der kostet 5 Millionen. Und auch das ist ein absoluter No-Brainer. Den müsst ihr aktuell unbedingt eintüten. Und der letzte im Bunde ist Oma Mamusch. Und auch der ist richtig gut in Form. Auch eine Vorlage. Ein Tor in den letzten beiden Partien. 114 und 126 Punkte. Hat Jonas Winz ein bisschen seinen Platz strittig gemacht. Und wird gesetzt sein in den nächsten Wochen. Da bin ich sicher. Auch der super günstig zu haben. Auch da müsst ihr unbedingt reingehen. Habt Spaß. Und denkt daran. Bald ist Länderspielpause. Spekuliert schon so ein bisschen auf die Marktwertssteigerung. Und die bekommt ihr bei all denen, die da gerade oben stehen. Also habt das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Und das soll es gewesen sein für heute. Ich freue mich wie immer über ein Abo. Über eure Meinung in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.